Erleben Sie nun also in einer Weltpremiere, Boris Ritter hat zusammen mit Michael Reed ein neues Arrangement geschrieben für einen Song, den Sie ganz genau kennen. Die Cast, das Ensemble von Tanzvampiren mit Philippus Trokey und Bonnie Tyler! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020